Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Wir sind gerade am Reaction-Sonntag. Also ich bin Sonntag gerade mal spontan live gegangen. Wir machen ein paar Reactions mit der Community. Jujus, Dankeschön für 19 Monate. Das Ganze natürlich auf Edles Vibe. Lass gerne das Däumchen, da würde ich mich sehr freuen. Lass gerne ein Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und wir sind heute bei Felser Agrar-Videos unterwegs. Warum ist dann da auch das Abo wieder raus? Die habe ich alle abonniert, die Abos sind wieder raus. Ey, ohne Witz, ne? Ich habe so manchmal das Gefühl, du schaust da eine Zeit lang nicht vorbei und dann Batz. Gut, wir schauen rein. Und zwar Outtakes 2021 Praktikanten auf Fisch bestellt. Quatsch und Spaß. Ich bin gespannt. Ja, macht direkt den Helikopter am Anfang. Digga, ey, ne. Die Jungs sind schon witzig. Also das müssen wir schon sagen. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Das Schöne ist, die haben einfach Spaß bei dem, was sie machen. Und das ist ja das Schöne. Die haben einfach Spaß bei dem, was sie machen. Was macht denn, was macht, was macht der denn mit dem Ass da? Warte. Wenn der Ass einfach gar keinen Bock hat. Was? Was machen die Mädels dort? Oh, nee, oder? Was machen die Mädels denn dort? Was stecken die denn da rein? Kürbis sehen? Okay. Aber wieso müssen die das da oben reinstecken? Ach so weit, die so weit auseinander müssen, oder was? Das würde mich mal interessieren. Wenn der Schwaderfahrer den Schwad scheiße legt, dann muss der Praktikant den Schwad halt woanders hinlegen. Da nass, da schwarz. Nix fahren hier. Ist das geil. Dann machen Schwad da. Ist das geil. Das ist gut. Damit der Abstand passt. Ah, okay. Oh, jetzt habe ich mal auf die Hand gefloppt, Mensch. Ja, Dominik, der Agrar-Influencer, ja. Schön parallel fahren, um die Scheide-Stories zu machen. Ach ja, herrlich. Ja, ja. Funktioniert das mit dem Instagram? Mit dem Instagram? Ja, das ist aber so. Das ist auch so, wenn ich filmgehe bei den Jungs hier beim Peiskerhof oder so. Das braucht halt einfach Zeit und da halte ich die Jungs auch manchmal auf, wo ich mir so denke, oh nee, ey. Was gülle Strackel. Gülle. Ah, nee. Praktikant, erster Fripp im Leben. Jetzt bin ich ja gespannt. Das ist Sweet Chili Saucis, geil. Ab geht's, Kids. Jetzt aber schnell in den Wald. Das Rehkitz, sehr schön. Husch, husch. Husch, husch, renne, Busch. Kusch, kusch. Hey. Geh raus. Hä? Wo war's denn? Ach du Scheiße. Ist aber auch geil, wenn der Archefischer einfach nur einen Kreis dreht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, Timo, danke für dein Sub-Geschenk. Sehr, sehr lieb. Oh, ist das geil. Ja, komm. Komm, 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 komm. Geh fein. Also ich mein, grad hier hat du nix verloren. Und ich mein, grad wir sind schon von ganz vorne von der Strasse bis hierher gekommen. Und jetzt häng mal am Mirabelle-Barmfest. Weil der ist ja so fein und so lecker. Ja, hm. Ahahaha. Ein Mirabellenbaum. Ach, mit der Drohne. Krass, dass die da, äh, das, äh, krass, dass die Kuh sich von der Drohne so, ey, so treiben lässt. Nicht schlecht. Und hier auf ein großes Zelt. Hier wird gehexelt, sehr gut. Wenn man die Jagd selbst macht. Wie meint er das? Ich hatte ein ganz, ganz großes Problem. Es wird so lange verpasst. Auch cool, mit der Dings gefilmt. Ich glaube, es war von DJI, dieser, dieser Halterung. Die ist echt gut. Ich glaube, die werden wir auch holen. Wie läuft's? Alles gut, Mann. Oh. Ah. Besten Gold fight ever. Oh, geil. So schöne Nuggets, Alter. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Muss ich echt sagen. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Alles vollgekrümmelt und vollgesaut. Kürbis stracke. Aber Kürbiskerne ansehen, das haben wir auch noch nicht gesehen, ey. Ey, Kürbisse. Machen die direkt so Kürbisse, oder was? Auch hier. Boing, boing, boing. Ey, wie kann denn beiden so wegrollen? Das ist aber auch steil, oder? Oh. Alter. Da bin ich raus. Also, da bin ich ja komplett raus. Da will ich nicht drin sitzen, in dem Traktor. Junge. Junge. Guck doch mal, wie der am Driften da ist. Oh, nee. Das, oh, nee. Das wäre mir zu schnell. Oh, geil. Oh, nee. Alter, ey, um Gottes Willen. Alle, die Köpfe hoch. Ey, du Trottel, Alter. Du sollst das quer, Alter. Kamera auf, ich bestell. Ich hab gedacht, hier kann man was aufpacken, Alter. Ich bin zum Shuttle, da nicht zum Filmen. So, ich tue ein bisschen Grenzgebiet. Sieh, wie die Zahl. Ach, das ist ein Hörer-Glüfe. Du, du hältst das Ding falsch rum. Ist das geil. Oh, geil. Oh, oh. Oh, Müller-Philipp, du. Oh, oh. Scheiße, nett gefilmt. Ja, ist aber auch die sportliche Kurve. Kein Hochkant-HD. Doch. Querkant-HD. Nein. Nein. Böse. Wenn ich das mache, muss ich dann nämlich Filme. Wenn du machst, was ich sage, muss ich nämlich Filme. Wenn du Hochkant filmst, darf ich nämlich Filme. Ja, hoffentlich, ey. Hallig. Sicher. Nein. Ist natürlich Risiko, wenn man runterfällt. Also muss man halt ganz klar sagen, wenn man halt runterfällt und der fährt drüber. In dem Gelände. Zombie, die Tür. Hat er nicht gemacht, oder? Ist das geil? Herrlich. Für was braucht er ein Lenkensystem, habt ihr gefragt? Ja, da habt ihr es. Oh, nee, mach es nicht. Oh, mit rechts und beim Inneren. Mach es nicht. Ich habe gedacht, er fängt jetzt das Ding an. Danke für den 22 plus. Laubleser, bestes Leben. Ist das geil. Okay, wird Zaun gesetzt, anscheinend, oder irgendwie. Toni, danke schön für den neuen Sub, herzlich willkommen. Snoopy. Ah, der Hund heißt Snoopy, echt? Auch geil. Cooler Name für den Hund. Ah, das ist geil. Was machen die da? Machen die sich sauber, oder was? Macht der sich sauber? Ich glaube, er macht sich sauber, oder? Ehrlich. Okay, let's go. Ist das geil. Okay. Und für Schlafenwütze braucht man das Lenksystem. Oh, eingeschlafen. Eben, der hat nicht gepresst. Eben hat der Gäste gepresst. Boah, Presse ausräumen ist auch eine Katastrophe, Leute. Gut, 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 gut. Hat er schon zweimal ausgemurkst. Hat er doch. Wir sind jetzt ganz schön ab uns. Machen wir 500, was schon zappt, meine Abo doch. Herrlich. Ein Ladewagen, ja, war keine Presse, war ein Ladewagen. Hab's dann auch gesehen, Chat. Wenn die fünf Minuten kicken, hey, das kennen wir, ne, Leute? Das kennen wir. Ach, du Scheiße. Das kannst du nicht machen. Der war aber richtig erschrocken. Oh. Ja. Aus. Fassi, du weißt, ich hasse es. Ja, ja. Ich glaube, es klingt auch nicht so geil. Fugisches. So ein kleiner Weidemann ist auch super praktisch eigentlich, oder? Oh, guck mal, mit den Ballen. Praktisch ohne Ende. Oh. Der schaukelt, oder? Oh, der nächste Bein, der abhaut, oder? Glück gehabt, aufgehalten. Gut gemacht. Oh, das ist schon krass, was für Hänge die auch haben. Der einzige Drohnenkrecht des Jahres. Moin, moin, Kevin, grüß dich. Bizeps. Das ist natürlich blöd mit dem Ballen, ne, wenn da was umgefallen ist und dann auf der Straße liegt. Reifen. Ist natürlich auch geil. Jetzt auch mit den Kindern gemacht, hinterm Auto dran. Und dann aber ganz langsam nur. Klar? Ja. GoPro weit hoch. Ja, moin. Alter. Das ist ja übel. Das gibt's gar nicht, ja? Wie der... Eieiei. Wie der auf einmal Feierabend ist. Abladen auf Profi. Maxi, dankeschön, vielen Dank für 21 Monate, sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Das hab ich aufgenommen, du Arsch. Was hat er gemacht? Oh, ich hab's nicht gesehen. Kriegsausspruch um Hause. Aber das ist auch neu gebaut, oder? Das ist relativ neu oder saniert. Geil. Ja, der hat ja voll der Katze einen reingesammelt. Der hat ja voll der Katze einen reingesammelt. Ich fass es nicht, ey. Jo, Bukat, dankeschön für dein Satzgeschenk. Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Guck mal, ey. Das ist aber schon... Hangentechnisch ist das aber schon echt übel. Also, das ist schon krass. Boah. 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 Auch guter Sport. Oh, Kevin. Kein Rückkehr. War knapp. War knapp auf jeden Fall. Das hat voll knapp, Mann. Die Kevin ist ja gerade fast durch die Bode aufgefahren. Kevin ist ja gerade. Wenn der Ast nicht ab will. Boah. Oh, 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 oh. Hast du mal eingepennt? Was hat er an? Hier die Lady am Teleskoplader Hallo! Was ist denn? Ella, du Hase Ich bin gerade, ich komme dann durch die Borde und immer wenn ich Gas gebe und zubbel, dann gebe ich Gas und der Pferdgas mehr, weil meine Füße wackeln Was macht der denn da? Macht der Sand oder was? Nee, was macht der denn da drauf? Und das ohne Diesel Was haben die jetzt da drauf gemacht? Kalk? Nee, ist das Kalk? Kalk? So viel? Kalkt? Alter, ist aber reichlich Bereit? Geil Das war die Klappe vom Knopf Oha! Scheiße Der Deckel vom Kugelkopf Das haben wir letztes gemacht mit den Kids Das hat Spaß gemacht, das war lustig Ich auch mit dem BMW vorne dran Ist das der Vater? Der war da jetzt auch schon öfters im Video, ist das der Vater von ihm? Könnte fast sein, ne? Ja Ist aber auch stabil Ja, Rasenpflege hier Das stimmt schon dir? Geil 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 Und Salat schrumpft am Bizeps, du Geil Und Salat schrumpft am Bizeps, guckt euch an Leute Schöner Jahresabschluss, waren viele witzige Sachen dabei Waren viele lustige Sachen dabei Sehr schön, schaut gerne vorbei bei Pfezza Agrarvideos Links in der Videobeschreibung, meine Lieben Lasst gerne auch hier ein Däumchen und ein Abo da Und wir sind erstmal raus, oder ich, bis dahin, naja Und die Community natürlich, sind ja live im Stream Bis dahin, tschüss und ciao